Die Methodik der strategischen Umweltprüfung zum Bundesbedarfsplan Frau Sommer arbeitet im Bereich Umweltschutz in ihrem Landkreis. Sie möchte sich an der Konsultation des Umweltberichts beteiligen. Sie fragt sich, wie die Bundesnetzagentur Auswirkungen auf die Umwelt bei der Bedarfsplanung von Netzausbauvorhaben berücksichtigt. Sie denkt dabei vor allem an die Flussauen in ihrem Landkreis. Flussauen sind Uferbereiche von Bächen bzw. Flüssen, die vom Wechsel zwischen niederer und hoher Wasserführung geprägt sind. Sie sind damit nicht nur ein wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sondern auch Naherholungsgebiet für den Menschen. Das Bundesnaturschutzgesetz und das Förderprogramm Auen bilden zwei der Umweltziele, die bei der Planung zu beachten sind. Das Bundesnaturschutzgesetz enthält die Vorgabe, naturnahe Gewässer, Auen und ihre Uferbereiche zu erhalten. Das Förderprogramm Auen ist wiederum Teil des Bundesprogramms Blaues Band Deutschland. Es stellt sicher, dass durch Renaturierung ein intaktes und natürliches Auen-System erhalten bleibt. Eine Freileitung kann aber den dort formulierten Zielen entgegenstehen, wenn sie Flussauen quert. Auen können beispielsweise durch den Bau einer neuen Freileitung verändert oder zerschnitten werden. Es ist deshalb wichtig, die Umweltauswirkungen auf Flussauen zu kennen, wenn eine Leitungstrasse geplant wird. Also schon frühzeitig, wenn der Verlauf eines Trassenkorridors noch gar nicht festgelegt ist. Die Bundesnetzagentur kennt zum Zeitpunkt ihrer Umweltprüfung also noch nicht den Verlauf der Stromleitungen, sondern nur die Punkte, an denen sie starten bzw. enden sollen, die sogenannten Netzverknüpfungspunkte. Zur Abschätzung der möglichen Umweltauswirkungen nutzt die Bundesnetzagentur daher große Untersuchungsräume, die um die zu verbindenden Netzverknüpfungspunkte aufgespannt werden. Schon mit der Entscheidung über die Netzverknüpfungspunkte ergibt sich häufig, welche Gewässer und damit auch welche Flussauen zwischen den Punkten gequert werden müssen. Weil Gewässer und Auen in der Regel über längere Strecken verlaufen, können sie nicht immer umgangen werden. Hier beginnt die strategische Umweltprüfung. Am Anfang der strategischen Umweltprüfung werden die Wirkfaktoren des Netzausbaus und die Umweltziele ermittelt. Weil die Bundesnetzagentur nicht überall dort, wo es Bedarf zum Ausbau des Stromnetzes gibt, alle Umwelteigenschaften kartieren kann, werden in der strategischen Umweltprüfung Flächenkategorien als Indikatoren verwendet. Um dabei verlässliche Ergebnisse zu erhalten, werden bundesweit einheitliche Daten benötigt. Für jede dieser Flächenkategorien betrachtet die Bundesnetzagentur nun die potenziellen Konflikte zwischen Umwelt- und Netzausbau. So würden sich durch eine Freileitung beispielsweise das Landschaftsbild und die Möglichkeit, sich in der Landschaft zu erholen, verändern. Werden die Freileitungsmaste zudem im Uferbereich aufgestellt, kann das auch den Wasserabfluss bei einer Überschwemmung beeinflussen. Da Flüsse obendrein als Orientierung für verschiedene Vogelarten dienen, kann es bei einer Überspannung auch zu einem erhöhten Kollisionsrisiko kommen. Zuletzt stört die dauerhafte Versiegelung des Bodens durch das Mastfundament auch die natürliche Bodenfunktion. Diese und weitere potenzielle Konflikte zwischen Umwelt- und Netzausbau gilt es im Rahmen der strategischen Umweltprüfung zunächst getrennt für Freileitungen, Erdkabel und Seekabel zu bewerten. Dies erfolgt anhand der drei Parameter Empfindlichkeit, Bedeutung und Abbildungsgenauigkeit. Diese wiederum werden jeweils anhand einer dreistufigen Skala gutachterlich eingeschätzt. Wir betrachten im folgenden Beispielhaft einen potenziellen Konflikt beim Bau einer Freileitung durch eine Flussaue. Durch den Bau der Freileitung kann es zur Zerschneidung oder sogar zum Verlust von Lebensräumen kommen. Der Parameter Empfindlichkeit wird in diesem Beispiel daher mit hoch bewertet. Flussauen sind in Deutschland nicht direkt rechtlich gesichert, sondern nur im Wege anderer Schutzgebietsausweisungen. Sie erfahren allerdings eine gewisse gesellschaftliche Würdigung. Daher wird der Parameter Bedeutung hier mit Mittel bewertet. Mit der Flächenkategorie und den zugrunde liegenden Daten kann die Bundesnetzagentur die potenziellen Konflikte sehr gut abbilden. Daher wird die Abbildungsgenauigkeit mit Dreifachplus bewertet. Die drei Parameter werden für jeden Konflikt zu einer Einschätzung zusammengeführt. Diese bezeichnet die Bundesnetzagentur als Konfliktrisiko. Die Bewertung erfolgt diesmal anhand einer vierstufigen Skala. Auf diese Weise wird für alle potenziellen Konflikte das Konfliktrisiko bestimmt. Anschließend werden diese Bewertungen der potenziellen Konflikte wiederum zu einer gemeinsamen Risikobewertung für die Flächenkategorie Flussaue zusammengefasst. Es ergibt sich für unser Beispiel Flussaue insgesamt ein hohes Konfliktrisiko und damit der zweithöchste Wert. Was bedeutet das nun für unsere Leitung? Zur Erinnerung, der genaue Verlauf der Leitungen steht noch nicht fest. In einer deutschlandweiten Karte färbt die Bundesnetzagentur die Bereiche der Flussauen entsprechend ihrem hohen Konfliktrisiko farbig ein. Dort, wo Flussauen liegen, bekommen die Rasterzellen den Wert 3 bzw. die Farbe Orange. Auch alle anderen Flächenkategorien erhalten hier eine Farbe, die ihr Konfliktrisiko anzeigt. Das reicht von Grün, also gering, über Gelb und Orange nach Rot, also sehr hoch. Sichtbar ist immer nur die Farbe derjenigen Flächenkategorie, die das höchste Konfliktrisiko erhalten hat. Je mehr Rasterzellen mit hohen Zahlenwerten im Untersuchungsraum liegen, desto größer ist der Umfang an Umweltauswirkungen, mit denen man rechnen muss. Der Durchschnitt dieser Konfliktrisiken pro Hektar bildet die sogenannte Konfliktrisikodichte. Diese bildet einen der drei Auswertungsparameter für die Gesamtbewertung. Weitere Auswertungsparameter sind die erwartete Länge der Leitung sowie sogenannte Riegel. Das sind zusammenhängende Bereiche des höchsten Konfliktrisikos, die beim Bau voraussichtlich nicht einfach umgangen werden können. Diese drei Auswertungsparameter werden schließlich zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt. Dies ermöglicht frühzeitig eine Prognose der Umweltauswirkungen einer Netzausbaumaßnahme. Es gibt sogar eine noch höhere Betrachtungsebene. Führt man die einzelnen Gesamtbewertungen zusammen, kann auch die gesamte Netzplanung in Hinblick auf ihre Umweltauswirkungen bewertet werden. Doch zurück zur Maßnahmenbetrachtung. Oft gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Engpass im Stromnetz zu beseitigen. Bei der Entscheidung für oder gegen eine Alternative müssen auch die möglichen Umweltauswirkungen bedacht werden. Die strategische Umweltprüfung macht diese Umweltauswirkungen vergleichbar. Dadurch ist es möglich, Leitungsalternativen aus Umweltsicht gegenüberzustellen. Die Prognose der Auswirkungen des Netzausbaus auf die Umwelt ist eine große Herausforderung. Die Prüfung durch die Bundesnetzagentur erfolgt sehr früh, noch bevor feststeht, ob und wo eine Leitung einmal verlaufen wird. Dadurch ist die Planung häufig sehr abstrakt, was die Prognose erschwert. Mit Ihren Hinweisen im Rahmen der Konsultation können Sie der Bundesnetzagentur helfen, ein realistisches Bild der potenziellen Umweltauswirkungen bei Ihnen vor Ort zu bekommen. Wie und wo Sie sich beteiligen können, lesen Sie in der Videobeschreibung.